Hallo und toll, dass du dich für unser Unternehmen interessierst. Wir zeigen dir jetzt, warum sich eine Bewerbung bei uns lohnt und was genau uns zum richtigen Arbeitgeber für dich macht. Du siehst, es gibt gute Gründe, warum du dich bei uns bewerben solltest. Keine Angst, bei uns geht das ganz einfach und unkompliziert. Ohne Anschreiben und Lebenslauf. Klicke auf Jetzt bewerben, wähle deine Stelle aus und beantworte ein paar kurze Fragen dazu. Zum Schluss benötigen wir noch einige wichtige Daten, um Kontakt mit dir aufzunehmen. Und fertig! Danach melden wir uns zeitnah telefonisch bei dir, um dich besser kennenzulernen. Ganz einfach, oder? Dann klicke doch auf Jetzt bewerben. Wir freuen uns auf dich! Das war's für diese Daten musst duません. Bis zum nächsten Mal.